Ja, was geht? Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Ich bin da aufgestanden, es ist Donnerstag und ich habe gedacht, ich mache heute einen spontanen Vlog. Ich befinde mich gerade in meiner neuen Wohnung. Ich habe endlich eine Wohnung in Hamburg gefunden, sogar in einer richtig coolen Lage. Ich würde sagen, wir fangen erst mal an mit dem Video, wir haben viel vor. Heute nehme ich erst mal kurz wieder zur Arbeit. Ich muss gleich arbeiten, ich muss sehr, sehr witzige TikToks drehen. Wer es nicht mitbekommen hat, arbeitet in einer Social-Media-Agentur. Danach fahre ich dann nach Hause. Heute hat ein Kumpelgeburtstag, der macht heute irgendwie Daydrinking, dann gehen wir feiern. Heute Abend um 0 Uhr kommt mein neuer Song raus. Es wird mich unfassbar freuen, wenn ihr das abcheckt. Auf meinem alten Gaming-Kanal, das ist jetzt mein Musikkanal geworden, ich habe mir gedacht, ich trenne das Ganze ein bisschen mehr. Ein kleiner Ausschnitt. Ab jetzt kommt jeden Freitag eine neue Singer mit Musikvideo raus und am 2.9. kommt dann die Corner-EP. Ich habe unfassbar viel Geld, Zeit und vor allem Liebe da reingesteckt. Es wird mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr das abcheckt. Und ansonsten denke ich mir, das ist ein sehr, sehr cooles Video. Heute steht für an. Morgen wollen wir dann mit der Couch und meinen ganzen Möbeln herkommen. Dann gehen wir abends noch auf die Schatze, teiern, irgendwie keine Ahnung, ich werde euch mitnehmen. Es wird sehr, sehr geil. Yes, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht's. Ich wohne fünften Stock, aber ich habe einen Fahrstuhl, der jetzt kommt. Das ist Alex. Dieser Mann hilft mir heute bei den Sachen, die ich drehe. Übel cool. Ja, ich bin gespannt. Ja, es ist heute auch erstes Mal im Büro, das passt eigentlich ganz gut, dann kann ich das hier auch zeigen. Es ist alles in Ordnung, beweg dich mal. Und bist du zufrieden mit dem Job heute? Ich bin jetzt schon. Scheiße, wir haben 26 Grad, wir gehen jetzt an Jungfernstieg. Perfekt. Der Mann muss die ganzen Fotos machen. Kater hittet hier nicht hart, weil die Sonne... Wir sind jetzt in Lübeck einkaufen. Es gab keine Eishölfe mehr und wir nehmen jetzt stattdessen zwei Kilo Pommes. Das ist in so einer typischen Kühltüte. Guck, ob's klappt. Trink mal kurz. Hat's geklappt? Ist es kalt? Kühltemperatur. Wunderbar. Shoutout an Pommes. Alles Gute. Deutsche Rapper flexen hart. Ich glaub, ich hol mir noch ein Eis. Es sind über 20 Grad und der Himmel ist so geil. Ist wie eine Achterbahn, mach Adebils mit den Jungs. Davor ist K... Scheiße. Ja. Ja, ja. Ich dachte... Fals, fals, ne? Laden wir sie lieber auf. Wie kommt das Ding jetzt hierher, ohne dass es geladen wird? Ich dachte, deswegen ist es halbvoll. Lukas... Das ist eine Box gekauft und die geht jetzt nicht. Ja, die ist halt leer. Das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Also, wenn das Bier umkippt, Strafbier, ganz einfache Regeln. Und wie heißt das Spiel ganz einfach? Bierball. Nein! Danke, weil du Affe denkst. Lass mal fahren, im Parkverklatsch ohne Grund. Ich mach Tick-Tock-Bamm. Auf die Liebe. Zeit, Bombe, Platz, und dann bist du dumm. Guck mal! TikTok-Bitch will mitscheln, sie ist älter, doch sie ist zu jung. Ich hab dein Glas geäxt und renne weg und schreie... Chillig. Aber sehr anstrengend. Sonst ist es Naturschuld. Für die Kunst. Mein Bruder braucht Support, ich bring die Kräuter und ne Kiste. They call me Diggler. I got bitches all up. Oha, auf Schummelbasis. Oha, die... Oha, die... Oha, die... Oha, die... Oha! 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 Ähm, Leute aus dem Stream, werden das jetzt gerade erkennen. Ich bin live im Stream. Diese Menschen sind da. Wir haben gerade einen Track von... Dante. Die Stream-Checks nicht ganz, aber die aus dem Vlog oder bei YouTube sehen uns gerade, was ich eben getan habe davor. Äh, macht ein bisschen mehr Sinn auf jeden Fall. Wir müssen jetzt gleich weiter in den Club, weil Kajos... Ihr habt den eben gesehen, Herrmann. Der war schwimmt. Sehr, sehr cool. Ähm... Ne, aber den treffen wir uns gleich. Deswegen muss ich gleich weiter. Macht Spaß. Hast du noch was zu sagen, oder? Was soll ich sagen? Ich weiß was. Ja, ich brauche noch eine Hausaufgabe. Das müssen wir noch kaufen. Äh, äh, äh. Es geht. Hi. Joel, wo sind wir? Im Lager. Wir sind im Lager. Guck dir das Wasser an. Hä, was ist das für ein wildes Tuch? Das... Okay, jetzt drückt's. Diese Couch wird die Couch von meiner Wohnung. Das ist Part 2. Das ist so eine Designer-Couch, die wir irgendwie für 200 Euro bei eBay Kleinanzeigen gekauft haben. Komm, Herr Mood. So, Huss, Huss, rein mit dir. Gut, dass wir Kissen dabei haben, wa? Mhm. Der Fahrstuhl ist kaputt. Seine Scheiße. Scheiße. Warum ist zwar wieder der Fahrstuhl offen? Jungs. Ja, das sind noch vier Stockwerke, Jungs. Macht euch geil. Okay, wir haben es geschafft. So sieht das Teil aus. Roomtour oder so gibt es morgen, wenn ich morgen film. Jungs schlafe heute alliiert. Und dann seht ihr jetzt gleich, wie das Zimmer fertig aussieht. So, wir gucken gerade. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Das ist das. Ja, würde krass kommen, wenn wir hier noch so Erdbeeren, Digga. Ich wollte den Obststand hier aufgemacht, mit dem Affenbogen. Das Bild, da verarschen mich die ganze Zeit, Digga. Die Blumenwiese. Das ist aus der Arztpraxis, keine Ahnung. Naja, naja. Das wird es wahrscheinlich erstmal werden. Okay, warte. Das gerät ein Tier. War da mäßig. Die Krieger ziehen los. So, hier wird wieder reingestartet. Kleiner Döner-Tipp von Muckalü. Mir ist gut. Bisschen teuer, aber Baba-Quali. Eine wunderschöne Döner-Stange. Junge, wie heftig. Also wir sind jetzt hier in dem... Da vorne ist Rote Flora. Hier sind wir jetzt voll. Übel cool, Digga. Bald kommt die nächste Animation vom Musikvideo. Genau so eine Bank haben wir da gemacht. Mir ist cool. 1A Sahne. Okay. So, wir springen! Wir sind die J-Kerle. Immer wenn wir auf dem Kieter hinkriegen wir ein Kupralieke. Weil das zieht ja diese Schnapsen aus der Stirn. So. Was geht ab? Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ich habe es gerade geschnitten. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Wohnung. Dachte ich, wo sie so halbfertig ist. Also, hier ist die Haustür. Ich habe schon gesagt, ich wohne um 5. Stock. Aber ein Fahrstuhl ist vorhanden. Die Schuhe habe ich mir gerade neu geholt. Ziemlich cool. Also, hier ist quasi so ein Eingangsbereich. Hier geht es mir ins Badezimmer. So sieht das aus. Es ist alles da, was man braucht, sage ich mal. Sehr, sehr nice. Dusche auf jeden Fall auch krasser als Badewanne. Könnt ihr mir nichts erzählen. Das ist eine Einzimmerwohnung. Hier ist das Wohnzimmer. Ein paar Sachen sind natürlich noch provisorisch. Der Bré soll hier nicht immer stehen. Apfelbaum darf natürlich auch nicht fehlen. Das Bild hängt jetzt da. Hier ist mein Bett. Das ist extrem cool. Das ist so eine Einkerbung. Hier oben möchte ich vielleicht noch so Lichterketten oder so einen Sternenhimmel oder so einen Scheiß machen. Der Kühlschrank ist direkt neben meinem Bett. Das ist sehr, sehr nice. Habe ich von der Vormieterin es übernommen. Genau wie den Tisch und die Stühle und so weiter. Ob das Ganze hier so bleibt, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das Bild kommt wieder weg. Das ist too much. Also, zwei Bilder reichen auf jeden Fall. Hier kommt noch ein größerer Fernseher hin. Den mache ich so an die Wand, dass ich den so ausfahren kann. Dann kann ich nämlich von der Couch und vom Bett gucken. Ziemlich cool. Den Teppich haben auch viele gefragt. Den habe ich von, so heißt die Marke. Ist aus Amerika. Das ist dieselbe Marke, von der ich auch den Yu-Gi-Oh-Teppich an meiner Wand zu Hause habe. In einem anderen zu Hause. Achso, solltet ihr euch so einen Teppich holen, rechnen mit einen, dass es erstens ein, zwei Monate dauert, bis er da ist. Plus Zoll. Zoll kommt noch drauf. Also, es ist echt teuer. Passt auf. Und das ist die Küche. Joa, ist auch alles da, was man braucht. Ich habe so einen Geschirrspüler. Kann man sich nicht beschweren. Oh, ich habe jetzt gerade vier Stunden gewartet, dass es der Internet tut. Wie toll. Da habe ich aber heute auch Internet. Der Typ kommt jetzt hoch. Ich wünsche dir noch einen kleinen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Achso, heute Abend noch der Song 0 Uhr und streamen.